Weihnachtsgedichte Geschichten vom Advent, von Kerzen, vom Nikolaus und seiner Rute in Reimform. Doch welche Gedichte kennen die Mündener? Advent, Advent, ein Lichtnall brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Ritzkind vor der Tür. Lieber und guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer schön artig sein. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich kleine Lichtlein blitzen. Lieber guter Nikolaus, komm doch auch in unser Haus. Stecke deine Rute ein, ich will immer artig sein. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Ritzkind vor der Tür. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Markt und Straßen stehen verlassen. Hell erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. Ein kleines Weihnachtsgedicht. Advent, Advent, ein Kerzland brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Vom draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Vom Christkind. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee mit rot gefrorenem Mäuschen. Mit der Einen hat es mir gefallen. Und dann MAY die�랑 Besserung nicht mehr auf dem Nein. Es kam aus dem Walde das Mäuschen. Ich habe das zum Walde das Mäuschen gesucht, aber es wartaisig. Es ist ein Pfehl. Es ist ein Pfehl. Es ist ein, das ganze Welt. Es ist ein, das ganze Welt. Ja, wir sind die Menschen. Es ist ein, das ganze Welt. Es war, die Menschen. Es ist eine große Förl. Es ist ein, das ganze Welt. Untertitelung des ZDF, 2020